Innere Leere und Gefühlsblindheit bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was ist das und vor allen Dingen, was kann man dagegen machen? Ja, beide Phänomene sind den meisten Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr gut bekannt. Zumindestens aber das eine oder das andere. Innere Leere meint dabei die vollständige Abwesenheit von Gefühlen und Empfindungen, in sich selber nichts dergleichen auffinden zu können, sich als völlig geisterhaft und durchlässig zu empfinden. Gefühlsblindheit meint dabei sehr wohl, Gefühle und Empfindungen in sich selber finden zu können, auffinden zu können, diese aber nicht richtig benennen und einordnen zu können. Leider auch mit dem Resultat dann in der Konsequenz auch nicht angemessen und adäquat darauf reagieren zu können. Die innere Leere entsteht dabei in den meisten Fällen als das Resultat, eventuell schon über viele, viele Jahre lang die eigenen Gefühle und Empfindungen verdrängt zu haben, weil man diese Gefühle und Empfindungen als unangenehm wahrgenommen hat, weil es sich dabei zum Beispiel um Angst, Missempfindungen oder Schmerz gehandelt hat. Die Gefühlsblindheit ist meistens das Resultat einer sogenannten invalidierenden Entwicklungsumgebung. Das heißt, dass vom Umfeld vielleicht schon seit der frühesten Kindheit die Gefühle und Empfindungen von Menschen mit Borderline verleugnet wurden und ausgeredet wurden durch das Umfeld und deswegen die Borderline-Betroffenen heute nicht wissen, wie sie ihre eigenen Gefühle einzuordnen haben. Ja, was können wir jetzt aber gegen beide Phänomene machen? Wieder etwas zu fühlen, das heißt etwas gegen die innere Leere zu tun, sich selbst und die eigenen Gefühle wiederzufinden, gleicht dabei oft dem Suchen in einer Kiste oder einem Schrank, in dem man etwas verloren hat. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass dieses Wiederfinden sehr viel Zeit und Geduld erfordern kann und häufig nicht von jetzt auf gleich klappt. Um die nicht mehr zugänglichen Gefühle wiederzufinden, ist es dabei sehr, sehr hilfreich, sich äußerlich bewusst in einen Zustand zu versetzen, in welchem man die gesuchten Gefühle erwarten würde. Das heißt zum Beispiel traurige oder fröhliche Musik zu hören, einen traurigen oder fröhlichen Film zu schauen, Roman zu lesen oder sich gedanklich zurückzuerinnern an Lebenssituationen, in denen man traurig oder fröhlich war und dann in sich selber nachzuspüren, im inneren Schrank oder der inneren Kiste nachzusuchen, eben nach diesen nicht mehr zugänglichen Gefühlen. Und dabei ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass das nur funktionieren kann, wenn man auch offen dafür ist, diese Gefühle wiederzufinden. Das heißt, man erlaubt sich selbst, diesen Gefühlen Raum zu geben. Man sagt, ja, es ist völlig in Ordnung, Trauer zu empfinden, Schmerz zu empfinden. Es ist völlig in Ordnung, Freude zu empfinden. Ja, und wenn man das lange genug versucht, übt, das ist so ein bisschen wie eine Art Meditation sogar, angeleitet durch eben Musik, Romane, Erinnerungen, Filme, dann ist es für Menschen mit Borderline nach und nach möglich, die verlorenen Gefühle wiederzufinden. Aber wie gesagt, das kann eine Weile in Anspruch nehmen. Das ist für viele nicht von jetzt auf gleich möglich. Etwas anders ist es allerdings bei der Gefühlsblindheit. Da haben Menschen mit Borderline ja schon diese Gefühle. Sie wissen allerdings nicht, was sollen sie bedeuten. Etwas gegen die Gefühlsblindheit zu tun, hier Abhilfe zu schaffen, gleicht häufig weniger dem Suchen in einer Kiste oder einem Schrank nach diesen Gefühlen, sondern den Zusammensetzen eines Puzzles. Um die eigenen Gefühle besser deuten zu können, ist es dabei sehr, sehr hilfreich, sich anzuschauen, ja, in welcher Situation befinde ich mich eigentlich gerade? In welchem Zustand befinde ich mich eigentlich gerade? Befinde ich mich gerade in einer Situation, in der Menschen typischerweise traurig oder fröhlich sind? Wie sieht denn zum Beispiel mein eigener Gesichtsausdruck aus? Wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich dann eher ein Gesicht, das man allgemein als traurig interpretieren würde oder sehe ich fröhlich aus? Ja, und so kann man versuchen, das Puzzle der eigenen Gefühle und Empfindungen nach und nach zusammenzusetzen. Es kann auch sehr, sehr hilfreich sein, sich zu überlegen, Wie würden denn andere typischerweise in der Situation reagieren, in der ich mich gerade befinde? Zum Beispiel meine beste Freundin. Wenn ich gerade ein Geburtstagsgeschenk von meiner besten Freundin überreicht bekomme und ich habe jetzt dieses Gefühl in mir und kann das gar nicht so richtig deuten, wie würde denn meine Freundin reagieren, wenn ich ihr ein Geburtstagsgeschenk überreichen würde? Wäre sie dann traurig oder würde sie sich freuen? Und wenn meine beste Freundin sich darüber freut, dass ich ihr ein Geburtstagsgeschenk gebe, ist es dann nicht wahrscheinlich, dass ich mich selber auch gerade freue, wo sie mir etwas schenkt. Ja, auch dieses Zusammensetzen des inneren Puzzles funktioniert natürlich nicht in aller Regel von jetzt auf gleich und ja, ist natürlich auch ganz, ganz häufig mit dem einen oder anderen Irrtum behaftet. Auch das bedarf etwas Geduld und viel, viel Übung. Beide Strategien, die ich in diesem Video vorgestellt habe, sowohl um Abhilfe zu schaffen, was die innere Leere anbelangt, als auch Abhilfe zu schaffen, die Gefühlsblindheit betreffend, können aber im Laufe der Zeit zu Erfolg führen. Wichtig ist es aber natürlich zu verstehen, dass man dabei natürlich auch negative Gefühle wiederfinden kann. Darüber sollte sich jeder Mensch mit Borderline-Persönlichkeitsstörung im Klaren sein. Und das kann natürlich mitunter auch anstrengend sein, Kraft kosten. Und natürlich von mir deswegen auch immer die Empfehlung, wenn ihr sagt, ich brauche dabei therapeutische Unterstützung, ich fühle mich dabei sicherer oder ich weiß, dass ich diese Reise zu mir selbst ohne einen Therapeuten gar nicht schaffen würde, ohne, ja, dass das zu ganz, ganz großen Problemen führt, dann macht diese Reise zu euch selbst am besten zusammen mit einem Therapeuten. Für dieses Video soll es das für heute auch schon gewesen sein, mal ein etwas kürzeres Video. Demnächst gibt es auch wieder längere Videos auf diesem Kanal zum Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung und vielen, vielen anderen interessanten Themen. Wenn du dich dafür interessierst, für solche Themen, abonniere natürlich gerne meinen Kanal oder schau auf meiner Borderline-Playlist vorbei. Wenn du mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtest, werde von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Damit kannst du mich auch auf meinem Lebensweg ein ganzes Stück begleiten. Wie immer, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch gutes Gelingen auf eurer Reise zu euch selbst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.